das und das ist immer wieder um weiter geht's im Livestream im Nox ja ja weiter geht's hihihi hihihi so gut das gute alte humanoide Motten mit dem Kissen ausrotten ja sowieso die armen Tierchen was fehlt denn wir haben zwei Heiler, das find ich gut ein Tank na gut nehm ich mal Staria die ist auch nicht schlecht das macht auch Spaß keine Ahnung, ich komme da nicht so richtig klar um das zu sein ja klar kommen ist immer so ne Sache bei diesem hektischen Spieler, so ehrlich ja während das geöffnet manche mal ne achso ich dachte es geht doch ingames, schade ich will ein Schild austeilen ich bin der Ranghöchste vom Gesamten Spiel ja das ist ja schön Okay, ich verstehe das schon. Du bist halt die Suchti. Genau das. Viel habe ich glaube, seit zwei Wochen. Ja, Suchti. Die drei Stunden am Tag, die ich da zock. Ich glaube, die alle von unten. Ach, wir haben Hanso. Das ist schön. Hier, Genji, freu dich. Impuls, Galaten! Piu! Ich habe zwei Pharah. Achso, zwei Genji und zwei Pharah. Glückwunsch. Das wird doch wieder abgefuckt. Sehe ich doch schon. Na gut, der Vorteil ist, wenn man nicht in Competitive Play spielt, äh, spielt. Also Competitive Play spielt, da können wir nicht sein Charakter mal ein bisschen üben. Richtig. Also, mit Competitive meine nicht Rangliste. Was für man das nicht geläufig ist. Komm mit uns ins Abenteuerland. Wir rammeln auf meine Weise. Ich brauche, heilung. Ach gut, was machst du denn hier? Ach, die Änderung, die Bilder oben. Oh Gott. Vorsicht. Achso. Okay. Ich habe nichts zu sagen. Du sind die Gegner eigentlich. Die merken noch selbst mit dem Bild, also mit dem, in der Konstellation, die sie gerade haben. Kommen sie keinen Meter. Yeah, haben wir ja den geklärt. Oh, die bleiben auch immer wieder an dieselben Stellen stehen. Tja. Ach, schade. Gucken wir auch immer, wenn er kam, Gott. Ach, das Sniper, alles klar. Vorsicht, Uld. Ja, ich bin i-dead. Unser Hansu ist alfk. Toll. Ja, finde ich frech. Komm mit mir ins Abenteuerland. Ich bin tot. Die kommen durchs Hausrecht. Da sind doch alle noch davon. Dann hol die mal weg. Ah, zu spät, die Uld. Zu spät, die Uld. Verdammt. Ich wollte gerade die Uld zunnen. Ja, sie geht doch nicht mal auf. Hauptsache nur Granate, weil sie ban, 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 ban. Mehr können die auch nicht. Ich habe ein Uld gezündet und kein... Naja, es war ein bisschen sinnlos. Also der Wille war da, so ist das nett. Ich würde einfach zu schlecht bezahlen. Ich habe doch nie einen Genji erlebt, der sich einfach hinstellt und die ganze Zeit nur schießt. was er halt so macht. Oha, von hinten. Die Saudi. Nimm doch noch eine Faro und setz das ganze Gebiet unerflammt. Ist doch nur eine bescheuert, Kinders. Ist doch doof, hätte sechsmal dieselbe Klasse im Spiel ist. Tja. Weil sie sonst nichts anderes können. Oder ich bin zu doof, ich weiß nicht. Das kann auch sein. Mein Gott, wie weit ist denn der Weg? Ist ja Wahnsinn. Ich sage es halt, ich könnte es eigentlich rein hatten. Aber den habe ich schon so oft gezeigt in letzter Zeit. Ich will auch mal für ein bisschen Abwechslung sorgen. Ne, mach das, was du willst. Ja, aber zweimal Faro. Das heißt, zwei Raketenwerfer. Da hilft ein Reinhardt auch nichts. Das Schild ist so schnell weg. Das heißt, ich stehe da ohne Schild da. Und habe nur einen Nacken auf Wacker. Kommt nicht so gut. Oh, schade. Okay, jetzt brauchen wir doch mal was anderes. Jetzt brauchen wir doch nicht mal ein bisschen Power. Wir brauchen eigentlich noch einen Heiler. Noch einen Heiler? Dann nehme ich Lucio. Du bist ja schon einer. Ja, aber es bringt der mehr. Lucio halt hat passiv. Ich probiere es aber mal, wie viel Prinze. Probier es aus. Du sagst, es wird hier gut kein Mensch. Ne. Aufhörfet ist es doch mal da oben. Was ist los mit dem Maxi selbst? Du bist du da oben gestürzt. Es ist soweit, wenn man anfängt und zu den Gegnern sagt, hier Leute, wisst ihr nicht, das bringt nichts. Merkt, das ist nicht schon selbst. Ich glaube, dann ist so ein Boot, der reicht, wo es einfach nur traurig wird. Das ist doch das Abiturland. Du hast schon wieder irgendeine Farrah. Das riech' ich doch. Das Ding mal ganz entspannt zurückschieben. Hallo, hierhin ist Genji. Achso. Kann man das zurückschieben, ne? Kann man das zurückschieben? Doch, doch. Ah, cool. Du musst halt einfach dabei stehenbleiben. Aber es wird nur einer gezählt, leider. Wusste ich gar nicht. Doch, du schiebst schon. Ja, ja, klar. Jetzt schiebe ich. Aber ich wusste es nicht, dass es geht. Ja, es dauert immer. Und beim Hinschieben wird aber auch nur einer gezählt, oder? Beim Hinschieben werden alle gezählt. Ah, okay. Man soll ja die Chance haben, auch das Ding zurückzuschieben. Das finde ich gut. Joa. Weil, wie sie unballoniert, oftmals. Aber wenn da oben ein Bastion mit dem Reinhardt steht, also das Standgeschütz, plus doch irgendwas mit dem dicken Schild, wäre das ziemlich unfair auf Dauer. Ja, gut. Ja, das sind halt so Sachen, das sagst du selbst noch. Ja, mit Sicherheit. Kommt doch leider viel zu oft vor. Ah, da gibt's gerade mal Hör auf die Fresse. Ich wollte der alten Karten Schild setzen, da rennen die einfach rein. Müsst ihr eigentlich gleich von hinten kommen, oder? Ah, ne, da ist er. Wollt schon sagen. Der war doch hier irgendwo. Ah, hinter uns. McCree. Oh, die haben, äh, Junk, äh, Roadhog. Hier ist bestätig auch auf Damage. Haut sie jetzt. Wuhu. Wuhu. Ha, 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 ha. I've been looking for freedom. Hi, ihr. Schick. Guck, das läuft. Gestern die ganze Zeit nur verloren und jetzt läuft's. Ha, 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 cool. Und an dieser Stelle schönen Gruß an Babbo Lino, der mich die letzten beiden Streams verfolgt und abonniert hat. Jo, grüße. Und der, seitdem er mich abonniert hat, immer Zukunft hat und wir nur abonniert waren. Ich weiß nicht, ob ich allein unterwegs war oder mit Onkel oder mit was auch immer. Hey, gut, jetzt ist der Onkel nicht da. Jetzt gewinnen wir auch mal, ne? Ja, jetzt guckt er auch nicht zu, weißt du. 28% des Teamschadens. Kann man machen. Ist in Ordnung. Cool. Hey. Dankeschön. Dankeschön, dankeschön. Du wurdest sogar vom Gegnerteam gelobt von einem. Wow. Finde ich gut. Finde ich fair. War aber ein bisschen zu leicht, muss ich sagen. Vor Matchmaking. Ich bin jetzt schon fast Level 8, hey. Ohne Scheiß, das Geld zu weit immer noch. Ne Runde von Onkel und mir. Ah, vielen Dank. Ähm. Das war in Hollywood. Da stand hier nur 50 oder 54 Zentimeter oder sowas vom Ziel entfernt und wir mussten das noch eine Minute halten. Ey, das war Onkels erste Runde. Wir haben das nicht gerade noch so gerissen. Weißt du was? Spüren wir was auf Damage. Ich hab ja wieder... Wir haben schon zwei Damage. Gut, bin ich Tank. Bin ich bei Winston. Ich hab schon länger nichts mehr gezeigt. Also von Winston. Der Gorilla. Ja, die hab ich glaube ich nur ein oder zweimal gespielt. Irgendwann am Anfang. Okay. Weil mittlerweile merkst du ja selbst, wie richtig einigermaßen ausgeglichenes Team ist. Klar. Die muss stimmen, die Mischung. Gut, wir haben jetzt einen aktiven Heiler und ich bin der passive Heiler. Das ist eine sehr gute Mischung. Aber passive geht auf alle und der aktive halt nur auf einen. Richtig. Das ist halt das doof. Das ist... Du, das ist gar nicht mal so doof. Äh, der Skin ist aber cool. Von dem Mercy. Gefällt mir. Hm, das stimmt. War nicht so langweilig. Einmal Gold bitte. Ja, hu hu hu. Ja, ha, ha, ha. Ja, oh. Ja, oh. Oh. Oh, ich raste aus. Oh. Juhu. Ich hab ein tolles Spray. Wie braucht man das Spray? Mit Tee. Hallo. Langweilig. Ja, du hast doch das Standard-Ding. Ich spring jetzt einfach der Farah da drüben ins Gesicht. Und hau dir eine rein. Äh, kannst du eigentlich mal Roadhog spielen? Also wenn du willst. Roadhog hab ich die meiste Zeit jetzt gespielt. Es wundert mich, dass du es noch nicht gesehen hast. Das Roadhog ist halt der Dicke, ne? Mit dem Anger. Oder Haken, ja? Mit dem welchen Skin du hast. Oh Gott. Also ich muss sagen, du sprungsthaft von dem bist du. Ähm, aber ja, ich kann ihn gleich nochmal spielen. Wenn du magst. Ist auch ein Thema. Ich spiel ihn gerne. Und die Hände in die Luft durch die Steine. Jawohl! Das ist aber nicht so, wie ich beim Sprung schaden habe. Das müsse ich mal nachgucken. Jawohl, Mann! Besteckt mich gerade kurz? Dann guck ich mal. Ähm... Er geht ja bei der Landung. Achso, nur bei der Landung. Okay. Ich verstehe schon, wo das hinführt. Ich bin ein Affe, der die ganze Zeit am Springen ist. Ich hab'n Kill! Ich hab schon 5. Was? Achso, vor der vorherigen Runde. Ich wollte schon sagen. Oh Gott! Neue! Ich bin sauer! Aua, aua, aua! Aua, wann macht das so weh? Du haust jetzt so viel Koffer. Waaaah! Auch ein bisschen Heilung! Ich würd sagen, dass wir noch richtig cool kommen gehört. Weg mit dir! Weggebrutzelt! Wie eine Fliege auf dem E-Grill! Hehehe! Weeeeyo, Captain Jack! Weeeeyo! Captain Jack, here we go! Weeeeyo! Warte, warte, weiß nicht wie viel Text ist. Oh, ne, da unten steht ein Bestchen! Ein was? Äh, Bestchen, das stand dem G da unten! He! einer wo der wandert ach so das ist eine wanderinne schade ist das dein ernst direkt wiederbleibt so logisch aber elektrizität da kannst du nichts reflektieren für mich gleich in den es noch da ach so ist gut gut wir haben zwei merceys ok auf die heile auf die heile auf die heile das kann ich ja passiert erst mal ein heiler verkloppen so wie es das gehört erst mal den tank außerhalb der karte schubsen hat es auch geschafft wenn ich mit meiner ultimativen fähigkeit zuschlage er fliegt ja so schön das ist die manchen anderen gruppe sie möchte ich ich finde gar ein bisschen gefallen aber nur so ein bisschen das kommt rein das kommt rein ja sehr gut du bist tot und schaust zu ppp und der Prozent das Kindes wo er ist bei dem Messer ist gut ja doch ist so gut gemacht aber auch vor allem ist auch so gut durchgekommen das muss ich nur das so Ja, wie schon gesagt, wenn du irgendwie mal nichts damit zu tun hast, dann komme ich nicht. So, freundlich, danke fürs Zuschauen. Schön, dass meine Arme. Ja, mach's gut.